moin moin zusammen in diesem kleinen video will ich euch nur bescheid geben dass ja mein momentan ist zu viel zu tun da fehlt mir ehrlich gesagt die zeit für let's plays und dass ich pausieren werde müssen aber keine angst der digi der wird sich mühe geben und das let's play weiterführen und ich nehme an ja mitte zweite hälfte des jahres endes jahres bin ich auch wieder mit dabei und dann werdet ihr bei digis aufnahmen irgendwann meine blöde stimme wieder dazwischen hören also wundert euch nicht dass auf meinem kanal keine weiteren updates dieser zeit kommen ich verweise auch da noch mal auf digis kanal der junge macht ja auch wunderbaren job und wird sicherlich mit unter anderem sport des waldes hin und wie auch eric die abenteuer von terrier weiter führen ich hoffe wir sehen uns möglichst bald mal wieder aber bis denn wünsche ich euch viel spaß bei digis gilt was zwei let's play und auch seinen ganz vielen anderen netz plays die er im moment hat bis denn leute ciao ciao